Liebe Freunde des Landestheaters Coburg, leider können wir in diesem Osterfest nicht für Sie Theater spielen, noch Oper, noch Ballett, sondern sind gezwungen, wie Sie auch, zu Hause zu bleiben und ein Osterfest in kleinerem Rahmen zu gestalten. Doch wir möchten Ihnen in diesen wunderschönen Frühlingstagen ein frohes Osterfest wünschen mit einer Art musikalischem Frühlingsspaziergang. Frohe Ostern vom gesamten Landestheater Coburg! Sie hören jetzt von Franz Schubert die Gesangsszene Der Hirt auf dem Felsen. Es ist das vorletzte Werk, was Schubert komponiert hat. Als Sopranistin Laura Verena Inzko aus unserem Opernensemble, Klarinette Andreas Blomann und am Klavier unser Kapellmeister Paul Willert Förster. Auch von mir froher Ostern! Die Gesangsszene Der Hirt auf dem Felsen 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 Ein Lübchen Mond so weit von mir, drum seh'n ich mich so heißer. Je müde, je müde, je weiter meine Stimme dringt, je heller sie mir nur glüht, von unten, von unten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020